Was hältst du denn zurück? Das ist eine lange Geschichte. Hier war er, das verlagert sich im Gesicht von einem Bein auf das andere. Und ich habe sie noch nie einen Außenschehen erzählt, aber hab Nachsicht. Ich hatte mit der... Ah jo. Entschuldigung. Ich hatte mit der Geisterwandlung zu kämpfen, den letzten Initiationsritoral meiner Druidenausbildung. Ich betete für Einsicht zu Galloway und begab ich im Stile der Sucher vergangener Zeiten. Im Stile der Sucher vergangener Zeiten. Falsche. Nur ein L. Alleine in dem Wald, um ihn um Anleitung zu bitten. Und dann erhielt ich meine Antwort. Eine Antwort zumindest. In der Form eines kräftigen, gefärbten Skate Steakier, der aus dem Unterholz sprang und überdeutlich unter Beweis stellte, dass er auch Dringe fressen kann, die ein Fünfzehntel so groß wie er sind. Äh, das ist eigentlich recht klein, nur ein Fünfzehntel. Ein Fünfzehntel sind zehn Prozent, ein Fünfzehntel sind... Jedenfalls viel weniger, ich glaube 7,5, aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Da du mir diese Geschichte selbst erzählen kannst, wie hast du das Biest abgewehrt? Das ist ja schrecklich. Ich bin dankbar, dass du überlebt hast. Lass mich raten. Das Biest hat dir ein bisschen Vernunft in den Schädel geprügelt. So vor dem Fall, wie das auch klingen mag, es ist ein fantastisches Initiationsritual. Wie hast du das Bieste abgewehrt? Ich rieb das Gesicht eines beleidigten Manns, Grinsenarm verbreit, um seine Belustung verbergen zu können. Ich riss ihm den Arm raus und schlug ihn dir in die Flucht. Ich rieb mich an meine Gegenwehr, als das Biest kleines Stückchen meiner Schönheit herausriss, also wahrscheinlich sein halbes Gesicht. Wie ich mit zu kurzen Armen um mich schlug, ich spürte, dass ich nur noch Kraft für einen letzten Schlag gegen die Nase des Biestes hatte. Und als ich zuschlug, fühlte sich mein Arm doppelt zu massiv an und aus meinen Fingern wuchsen Krallen. Mit meinem plötzlichen Kraftschub verwandelte ich mich in ein Spiegel mit meines Angreifers. Anscheinend konnte er mit jemanden seiner Größe nicht aufnehmen. Er ist mit jemanden seiner Größe nicht ausgenehm. Als der Kampf zu Ende war, hing sein abgetrehter Arm in meinem Mund und das Biest rumpelte besiegt von Dunn. Das ist eine ziemlich beeindruckte Geschichte. Schon was? Ich dachte, das Geisterfahrt zu erlernen würde mir etwas Respekt einbringen. Vielleicht würde mir sogar ein diarianisches Mädchen mit einem Faible für kleine Männer ins Netz gehen. Ach, wäre ich ein Anfänger geblieben, es wäre mir wohl wirklich besser gegangen. Als ich in mein Dorf zurückstellerte, sahen sie meine Wunden und fragten mich, was passiert sei. Ich zeigte es ihnen. Sie nannten meine Form ein Herbststellgier und... Er öffnete seinen Mund, zögerte aber einen langen Augenblick, bevor er mit Verdacht widerspricht. Sie waren gar nicht beeindruckt. Die Rehung von Meis Zirkel zeigte den Herbststellgier für eine verruchte Abscheulichkeit. Man sagt, dass die Seele unwiederbringlich verloren geht, wenn man vor seinem Biest gefressen wird. Da dies meine erste und intuitivste Form war, hirn sie mich für einen Träger ihres Bösen. Okay. Obwohl ich meine Leute niemals auch nur bedrohte, wurde ich als unpassten beurteilt und verstoßen. Die Varias kratzte sich mit seinem vernarbten Gesicht. Ich weiß nicht, was mir Galloway damit sagen wollte, denn daraus hatte ich nur, dass einen der Gott der Sucher bestraft, wenn man sucht. Also bist du eine Art Seen-Kalibale? Du hast deine Geister-Wandel-Form nicht selbst ausgeweht. Wurdest du endlich als richtiger Droide angesehen? Könntest du lernen, dich in eine andere, weniger schreckliche Form zu verwandeln? Danke, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast. Wurdest du als richtiger Droide angesehen? Sei schnell ich sich im Falten. Nein, aber ich weiß, dass ich ein Initiationsritual bestanden habe, dass es für mich mal so gefährlich war, wie das dieser Verräter am eigenen Volk, die darauf bestanden, dass ich gescheitert sei. Du hast deine Geister-Wandel vor mich selbst gewählt? Nein, sagte er aufgebracht. Es hat mich ausgewählt. Zumindest bin ich mir das ein. Ich hatte immer angenommen, dass ich mich in einen Hermelin verwandeln würde. Scheint meiner wahren Natur näher zu kommen. Ja, erneuthaftes Abbild welches, das auf seine Augenklappe gestanzt wurde. Wie es der Verschleierte lehrt? Wenn die Antwort rätselhaft ist, muss man sich damit zufrieden geben, über die Frage nachzudenken. Bist du ein Seen-Kannibal? Ich war ja, er starrt dich mit einem Stirn-Runzeln an, bevor er sein Gesicht mit den Händen verbirgt. Nein, brummelt er zumindest glaube ich nicht, dass es so geht. Ich habe mich niemals hingesetzt und eine ganze Person gefresst, um es herauszufinden. Soll ich das herauszufinden, bin ich auch nicht. Könntest du dich hier etwas anderes, weniger Schreckliches verwandeln? Kann ich bereits und manchmal mache ich das auch. Sagte mit einem strahlenden Lächeln, dass es aber schnell wieder zu einem Stirn-Runzeln zurückkehrt. Aber die drehen meistens Fückelsbessen der ersten von großer Bedeutung zu. Für sie werde ich für immer unreinend sein. Danke, dass du das mit mir geteilt hast. Sehr nett. Er rötet und zufft an seinem Faps. Nur wenn du mich kennst, kannst du mir vertrauen. Und wenn du mir vertraust, dann bin ich ziemlich sicher, dass es... Was? Nur wenn du mich nicht kennst, kannst du mir nicht trauen. Und wenn du mir nicht trauen kannst, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass du in die Flugpale des Pfeils springen würdest, um mein Leben zu retten. Ja, genau. Ah ja, das ist gut zu jetzt zu wissen. Ich wollte die Turin in Zwingen zu fragen, ob sie mehr über meinen Geisterwandeln wissen. Sollte es die Reise dorthin führen, könnten sie mich vielleicht mit Informationen über den Helmster-Ger erleuchten. Er räusperte sich, setzte ein gequältes Lächeln auf. Vielleicht können wir erst mal über etwas weniger Deprimiertes sprechen. Äh, ja. Was kannst du uns über mir jetzt sagen? Er starte ich mit seinen Augen ausdruckslos an. Oh, ich weiß nicht, was es über das Thema noch mehr zu sagen gäbe. Er sei, du hast noch eine religiöse Debatte angesehen. Abgesehen. Erzähl mir mehr von deinen Gedanken über Vale. Vale lernte ich während meines ersten Jahres im Exil erst richtig kennen. Die Faktik war, warum ich mich dafür bestrafen sollte, Fragen zu stellen. Welcher gerechte Gott bestraft einen dafür, das zu tun, was er verlangt? Die Hinterfragung meiner Zerfleischung machte mich einfach verrückt. Auf dem Höhepunkt meiner Sorge hatte ich Träume, in denen ich nur mit meinem verletzten Auge sehen konnte. Mein gesungenes Auge dagegen war in meinen Träumen blind. Er hebt die Augenklappe an, um sich vorsichtig an der Augenhöhle zu kratzen. Du kannst einen kurzen Blick auf einen verrunzelten und vernarbten Abszess und unter der mit Vale verzierten Augenklappe sehen. Da fehlt es ein Wort. Also stache ich als nachmittags ein stilisiertes Augenmotiv auf die Augenklappe. Ich halte es gerne für mein Selbstinitiationsritual in der Bruderschaft von Vale. Vale ist keine belehrende oder herrliche Gottheit. Er verbreitet nicht großzügig Weisheiten und erwartet von uns allen, sie zu hinterfragen und mit unserem eigenen Verstand zu erforschen. Vale erinnert mich daran, dass meine Neugier für alle Wahrheiten empfänglich ist und nicht nach einer bestimmten Antwort strebt. Hat Vale jeweils tatsächlich mit dir gesprochen oder dir ein Zeichen gegeben? Helfen dir deine Gebete zu Vale den Sinn in dem Stagy-Angriff zu erkennen? So siehst du immer noch nach Weisheit und du fragst nur bloß einen anderen Gott, weil dir der Erste nicht antwortet? Klickt er nachher sollst du dafür danken, die ihr die Weisheit Rates gezeigt haben. Nehmen wir mal das da. Hm, hier war der 60er Kinder, der im Hohle hat und schaut dich mehrere lange Sekunden aufmerksam an. Eine berechtigte Anwirkung, mein Freund. Ich glaube, ich habe den Hunger des Suchers nach Wissen, nur ich geht es nicht verloren. Meine Gegebenheit zum Gellermain hat mir Holorexil eingebracht. Mein Leben als Anhänger Wails ist lange nicht so katastrophal abgelaufen. Lass uns über was anderes sprechen. Das hatten wir schon alles. Anderer Zeitpunkt. Zug mit den Achsel, dein Pech. Okay. Neue Quests hergergestalten. Jetzt wissen wir auch endlich was. Mein Reisegefährte, der war es, hat den Gewunsch geäußert, mit den Ruins zu sprechen, die in und um Zwingensröwen reden. Hevarious ist in seinem eigenen Stamm nicht mehr willkommen, da seine Stammesbrüder seine Geistesgestatt fürchten. Den Herbst, der Herbst, der Eker. Er möchte mit Druinen von anderen Traditionen befragen, besonders solche, die keine solch falsche Reaktion auf das Wesen zeigen. Ein Hevarious offenbart, dass er aus seinem Zügel ausgestoßen wurde, weil seine Geisterwandelform der Helps-Tigier als Abscheulichkeit gilt. Wenn wir darüber erfahren, glaubt, dass er jetzt wenigstens um einen Druiden finden könnte. Okay, das hilft uns schon mal sehr. Das heißt, wir können es jetzt erst einmal hier oben probieren beim Goldtein. Die hier sind ja mehr oder weniger Druiden. Oder Orvaten. Du stellst nur Gifte her. Das heißt, du bist hier schon mal weniger hilfreich. Du hier vielleicht. Seine Augen sind zwar geschlossen und seine Haltung still, doch der Mann vor dir hält seinen Kopf in deine Richtung gedreht. Ja, sei gegrüßt. Möge deine Zeit im Goldenen Heim bereichert sein. Das hatten wir. Und sei auch du gegrüßt, Herbst-Urleander. Sagt der Mann mit einer Verbeugung zu Hivarias. Hivarias Augenweiten sich überrascht und sein gesundes Wort stellt sich auf. Wie in Eora wusstest du? Die Augen des Mannes bleiben geschlossen. Und er sagt gleich in Ruhe, führt zu einem wachsamen Geist. Öffne seine Augen. Sie sind braun, leicht trüb und von Beginn in grauen Starr. Öffne ich meine Augen, sehe ich deine Geburtsgestalt. Dort blicke ich nach innen, sagt er und schließt die Augen wieder, sehe ich den Herbst-Stelgier. Hier war ich aus der Sprechen überlassen. Ich weiß nicht, wie du das spüren kannst, aber du hast recht. Ich bin der Stelgier. Was weißt du über die Bestie? Warum wurde ich verstoßen? Nur weil ich ihre Gestalt annehmen kann. Gibt es eine Heilung? Damermann lächelt, seine Augen bleiben verschlossen. Ich weiß, dass die Bestie oft von Galerwain als eine Art Prüfung geschickt wird. Viele anderen Vater werden von dem Herbst-Stelgier geprüft. Wer von der Bestie besiegt oder verzehrt wird, dessen Seele wird ihm entrissen und ist für alle Zeit verloren. Also hat meine Stammesbrüder recht. Ja, das sieht erschüttert aus. Er sagt, Zusammenblick zu bohren. So, das heißt, ich besitze eine solch schreckliche Macht. Das muss eine Art. Wenn deine Geistergestalt eine Bienen wäre, wärst du auf eine mystische Weise gezwungen, Honig herzustellen? Wäre sie ein Vogelwürste den ganzen Tag damit verbringen, Nester zu bauen? Okay, das ist jetzt froh, oder? Tamwun öffnet die Augen wieder, Muster Tivarius von oben bis unten eher das Gesicht verzieht und die Augen wieder schließt. Ich sage, dass dies ist, wofür das Tier bekannt ist, die mit deiner Gestalt ähnelt. Tun wechs vor dazu, vor allem, selbst Schlüsse zu ziehen. Ich würde für gewöhnlich niemandem raten, mit dem Zirkel im blutigen Sand zu sprechen, aber zu den Umständen könnten die Ethik neu sich als hilfreich erweisen. Er wendet sich um und deutet die Augen noch immer geschlossen nach Nordwesten. Lies die steine Schriften, welche die Ruinen vom blutigen Sand geschrieben haben. Du kannst dort Antworten finden und weitere Fragen, aber du musst sie selbst erforschen. Was genau steht auf den Stein und kannst du es noch mehr sagen? Was steht auf den Stein? Ein Großteil ist völliger Humbug, aber die unablässige Notwendigkeit von Opfern. Seine ruhige Besonnenheit wankt, als er das letzte Wort ausspuckt. Doch zwischen all dem Dogma finden sich einige von Gruben Weisheit über Gallowayen. Dein Freund wird es verstehen. Kannst du es noch mehr sagen? Nur auf Galloway zu vertrauen und auf Welt zu vertrauen. Beide haben euch auf eigene schwierige Weise gesegnet. Ach ja, stimmt, der Goldenheim war die, die sich nicht auf die Götter verlassen, aber trotzdem noch glauben, dass es sie gibt. Anders als die Ethik Noll, die die Götter für Hohen halten und nur sagen, dass Macht durch Opfer kommt. Ich danke für den Versuch, meine Laune zu heben. Komplett hier Varias. Aber das ist wenig hilfreich. Varias Seufzbord mit dem Zeigefinger sein verstümmelt Noah. Aber vielleicht sollten wir auf ihn hören. Ich vertraue darauf, dass Vail mir im Blutigen Sand etwas zu zeigen hat. Dann lass uns losziehen. Ansonsten haben wir ja hier niemanden Besonderes, mit dem wir reden könnten. Hier geht es nur wieder zurück. Wohin geht es da überhaupt? Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte auf die Map. Wahrscheinlich einfach nur aus dem Hain raus. Wartinnenwächter, Wartinnenwächter, Wartin. Ist wild? Kannst du uns doch was sagen? Such die weißheitloser Kräuterkundigant? Nein.